Ich glaube tatsächlich, dass KWK insofern eine wesentliche Rolle spielt. Ob es zu 100 Prozent gelingen kann und gelingen sollte, gelingen sollte vielleicht ja, weil ich ein großer Freund der KWK bin, ob es gelingen kann, bin ich mir nicht so vollständig sicher. Weil wir natürlich bei der Kraft-Wärme-Kopplung immer auch, also wir müssen beides absetzen können. Wir müssen den erzeugten Strom absetzen können und wir müssen idealerweise eine Wärmesenke haben. Und wenn wir keine Wärmesenke natürlicherweise haben, dann kann man sich natürlich Wärmesenken produzieren und kann versuchen, die Wärme zu produzieren und zu speichern und dann an andere Orte zu verbringen. Auch solche Überlegungen gibt es ja hier und da und da wird auch noch eine Menge passieren. Ich meine, realistischerweise werden wir, um das Thema Versorgungssicherheit abdecken zu können, auch nicht vollständig auf schnell anfahrbare, beispielsweise Gaskraftwerke verzichten können in der Zwischenzeit. Also die Residuallast sollte aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gedeckt werden, größtenteils. Und wir differenzieren vorübergehend, dass wir Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gerade bei Fernwärme, gerade auch in Städten haben werden, die eben vorübergehend noch mit Methan aus konventionellen Lagerstätten befüllt werden bzw. betrieben werden oder zukünftig mit Wasserstoff und eben KWK-Anlagen, die aus Biogas stammen. Und die Biogasanlagen sollten zukünftig anders betrieben werden, nämlich so als Residuallast, dass sie, wenn Wind- und Solarstrom ausreichend verfügbar sind, sie keinen Strom produzieren, sondern das Gas speichern bei sich oder im Gasnetz. So können wir 100% erneuerbar aus KWK-Anlagen in Städten und KWK-Anlagen bei Biogasanlagen sicherstellen. Wir haben ja bereits bestehende Gaskraftwerke, die zum Teil auch auf Wasserstoff-ready umgebaut werden können. Ich halte es für sinnvoll, bestehende Kraftwerke jetzt nicht deshalb in die Reserve zu schicken oder abzuschalten, nur weil sie keine KWK-Anlagen sind. Gleichzeitig gibt es das von mir eben schon beschriebene Delta, sodass wir schauen müssen, dass wir da insgesamt bei Versorgungssicherheit ankommen. Natürlich, und das ist wichtig, muss jeder Energieanlage, die gebaut wird, erneuerbar tauglich sein, entweder über grünen Wasserstoff oder aber dann über Wind, Sonne oder halt die Wärmepumpe. Ich kann diese Forderung gut nachvollziehen. Ich habe die auch schon vor einigen Jahren gehört. Wir haben uns aber bewusst nicht dafür entschieden damals und ich bin auch nicht sicher, ob wir das diesmal machen werden. Denn letzten Endes bestimmt der CO2-Preis auch die Merit Order, welchen Strom wir denn tatsächlich nehmen. Und ich glaube, dass der CO2-Preis eben der KWK besonders in die Karten spielt. Von daher glaube ich, wird sich das sowieso einregeln, was Sie gerne haben möchten, auch wenn wir diesmal von der Regelung her ein bisschen vorsichtig sind, in den Wertbewerb einzugreifen. Und ich glaube, dass der CO2-Preis ist. Und ich glaube, dass der CO2-Preis ist. Und ich glaube, dass der CO2-Preis ist. Und ich glaube, dass der CO2-Preis ist.